Servus, willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video möchte ich mit euch einmal über die Grundlagen der Positionierung sprechen. Das ist in der Theorie auch relativ einfach, da ihr euch nur ein Prinzip im Grunde merken müsst und das versuchen müsst immer umzusetzen. In der Praxis, dadurch dass World of Warships sehr variabel ist, was auch Schiffe angeht, was die Schiffseigenschaften angeht und auch die Eigenschaften teilweise der Schiffsklassen mit immer mehr verschwimmen, ist es in der Praxis nicht ganz so einfach. Und das ist dann einfach Erfahrung, das ist Übung und so weiter. Ich kann hier also nur wirklich die Grundlagen einmal vortragen, der Rest sind dann meistens Einzelfallentscheidungen. Ich habe das Video auch wieder in ein paar Punkte gegliedert, ich habe auch ein paar Beispiele dabei. Zum einen sind das Clips, also wirklich Beispiele aus Runden und zum anderen sind es auch ein, zwei theoretische Beispiele. Gut, legen wir mit dem ersten Punkt los und das sind die Voraussetzungen. Bevor wir richtig ins Thema starten, möchte ich ein bisschen was zu den Voraussetzungen sagen. Damit ihr euch gut positionieren könnt, müsst ihr die Basics verstanden. Das gilt natürlich zum einen für die Grundmechaniken, wie zum Beispiel, dass ihr wisst, wie das Spotting-System im Spiel funktioniert, aber auch wie Hydro, Radar und so weiter funktioniert. Aber auch, dass ihr eine gewisse Map-Awareness habt, also eine gewisse Übung habt, auf die Karte zu achten und zu schießen, zu fahren und so weiter. Dass ihr da immer wieder Fehler machen werdet, ist klar. Das passiert mir auch, das werden wir uns auch später angucken. Grundsätzlich passieren die meisten Positionsfehler aufgrund mangelnder Web-Awareness, das ist leider so. Des Weiteren solltet ihr eine grobe Ahnung darüber haben, was die verschiedenen Schiffe auf der entsprechenden Stufe können und was sie nicht können. Dass ihr zum Beispiel wisst, dass eine Petron-Radar habt, dass eine Nevskyn-12km-Radar habt, dass eine Des Moines-Radar habt und so weiter. Dass manche Schiffe Nebel haben, dass es Zerstörer gibt, die Radar haben. Also eine Smaland zum Beispiel, wenn eine Smaland im Gegnerteam ist, müsst ihr wissen, welche Gefahr von diesem Schiff ausgeht. Gerade wenn ihr auch im Zerstörer sitzt. Und da könnte man jetzt noch hunderte Beispiele nennen, aber es ist, denke ich, klar, worauf ich hinaus will. Das betraf jetzt natürlich die Gegnerschiffe. Es gilt auch natürlich, dass ihr euer Schiff kennt und versteht, also wisst, welche Stärken und Schwächen dieses Schiff hat. Ist das ein Schiff, womit ihr gegen zwei Gegner zum Beispiel reinpushen könnt? Eine Schliefen zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Eine Schliefen kann es mit zwei anderen Schlachtschiffe oder mit einem Kreuzer und einem Schlachtschiff aufnehmen. Andere Schlachtschiffe ist es eher weniger ratsam. Und das solltet ihr wissen, das solltet ihr verstanden haben. Der Grund dafür ist, dass ihr in der Lage sein müsst, den Matchmaker oder das Matchmaking einzuschätzen. Und auch da, ich habe es ja schon mit der Smileland gesagt, da schauen können, welche Schiffe sind jetzt die große Gefahr für mich. Wo muss ich aufpassen, wenn die auf meiner Flanke oder sonst wo auftauchen. Und welche Schiffe sind eher, die ich ignorieren kann und vielleicht erst später relevant werden. Gerade das Matchmaking ist immer relevant dafür, ob ihr zum Beispiel bestimmte Positionen anfangen könnt oder nicht anfangen könnt. Gerade Träger können manche Positionen extrem schwierig machen zu spielen. Ihr seht es auch gerade im Hintergrund, eine Runde mit einer Des Moines, wo mich sogar ein Super-CV quasi die ganze Zeit mit seinen Bomben bespaßt. Und auch die 25.000 Schaden durch eine Kremlin-Salve waren im Endeffekt durch das Spotting des CVs. Und ich habe noch keinen relevanten Schaden gemacht. Und das wird die ganze Runde zu gehen. Ich werde diese Runde keinen Spaß haben, weil einfach ein Träger im Spiel ist. So müsst ihr halt gucken, macht diese Position dann noch Sinn, wenn ihr am Anfang seht, dass ein Träger im Spiel ist. Und wir können da jetzt noch sehr viel drüber sprechen. Es sollte klar sein, worauf ich hinaus will. Also wenn ihr noch Nachholbedarf habt, was Grundmechaniken oder Grundtechniken angeht. Und dann solltet ihr da anfangen und nicht über Positionierung nachdenken. Könnt ihr auch machen. Ihr könnt das ja parallel machen. Es ist ja nicht unbedingt absolut zu sehen. Aber es sollte klar sein, je mehr ihr über die Schiffe wisst, desto besser könnt ihr entscheiden, wie ihr euch positionieren sollt. Oder auch fehlerhafte Positionen könnt ihr dann in der Regel besser kennen, wo ihr zum Beispiel nicht reinfahren solltet. Wie gesagt, ein Beispiel wird noch kommen. Legen wir mal mit den Grundlagen los. Die Karten auf G10, das obwohl sie unterschiedlich aussehen, haben trotzdem ein paar Gemeinsamkeiten. Das erste ist zum Beispiel, dass die Karten gerade im High-Tee-Bereich grob alle gleich groß sind. Entweder sind die 42 x 42 Kilometer oder 48 x 48 Kilometer. Die einzige Ausnahme ist Ozean. Diese ist wesentlich kleiner als die anderen Karten. Die ist glaube ich 36 x 36 Kilometer. Ihr könnt das Ganze im Wieg nachschauen. Da sind auch immer hier die Größen angegeben. Die ganzen Karten spielen sich meistens ein bisschen anders oder es fühlt sich ein bisschen enger an, weil dadurch, dass die Inseln und die Caps sehr oft das Kampffeld bestimmen, fühlen sich die Karten manchmal ein bisschen kleiner oder größer an. Ein großer Unterschied, den es noch gibt, ist, wir haben zum einen waagrechte Karten, wie hier zum Beispiel Nossan Waters oder nördliche Gewässer. Oder wir haben, wie zum Beispiel hier Falle, eine Karte, die diagonal ist. Die spielen sich teilweise nochmal wiederum ein bisschen anders. Für uns aber im Grunde egal, weil nur wichtig ist, es gibt diagonale Karten, es gibt waagrechte Karten. Das müsst ihr eigentlich im Prinzip merken. Wir haben auf den Karten grob drei Spawns. Und das ist einmal der mittlere Spawn oder das Zentrum, wie auch immer ihr es nennen mögt. Und wir haben halt die beiden Spawns jeweils auf der linken und auf der rechten Flanke. Der Gegner natürlich gespiegelt. Grundsätzlich sollte auch die komplette Karte bespielt werden. Und der Fokus sollte aber gerade zu Anfang einer Runde auf den Flanken liegen. Gerade zu Anfang in die Mitte zu fahren, ist meistens Selbstmord. Gerade wenn ihr Schiffe seid, die einen hohen Tarnwert haben, dann geht ihr halt auf und werdet dann quasi von allen Seiten beschossen. Geht relativ schnell raus. Im Grunde können nur Schiffe mit einem guten Tarnwert wie Zerstörer oder leichte Kreuzer die Mitte bespielen. Und auch da muss meistens die Karte mitspielen, also die Geografie, wie die Inseln aufgebaut sind, um dann da effektiv wirken zu können. Die Frage, die sich am Anfang der Runde für euch eigentlich immer stellt, ist, fahrt ihr links oder fahrt ihr rechts? Wenn ihr auf einer Flanke gespawnt seid, dann bespielt ihr auch die Flanke. So einfach ist es. Ihr fahrt niemals mit euren Schiffen von einer Flanke weg, nur weil ihr meint, hier zum Beispiel die Insel ist besser zu spielen oder die Insel ist besser. Und schon gar nicht fahrt ihr von der linken Flanke zur rechten Flanke. Der Grund hierfür ist auch recht simpel. Zum einen, es dauert zu lange und ihr schwächt einfach eure Flanke zu sehr, weil ja jetzt hier eure Flanke, zum Beispiel die linke Flanke, mit einem Schiff weniger spielen muss. Und das kann teilweise sehr anstrengend sein, das weiß ich. Weil wenn wir uns hier zum Beispiel Norden angucken und hier auf der 1-2-Linie mit einer Des Moines zu spielen, gerade wenn es hier auch kein Cap gibt, was sie erradern können, ist tatsächlich sehr eklig. Aber trotzdem fahrt ihr mit eurer Des Moines hier nicht in die Mitte zu der Insel oder ihr fahrt auch nicht hier rüber oder sonst irgendwas, sondern ihr müsst dann wohl über den sauren Apfel beißen und dort die Des Moines in Kite spielen. Das funktioniert. Ihr müsst dann halt einfach ein bisschen vorsichtiger spielen und könnt dann später, wenn das Gefecht das zulässt, dann halt rotieren in die Mitte oder sonst irgendwas. Ihr müsst ja nicht mit der Des Moines hier immer diesen Weg fahren. Also gerade am Anfang bleibt es auf den Flanken, ja. Und später müsst ihr dann halt schauen, wie sich das Gefecht entwickelt, um dann gegebenenfalls zu rotieren. Notfalls könnt ihr mit der Des Moines hier nicht Open Water spielen wollt, könnt ihr versuchen, diese Insel hier zu nutzen. Gerade wenn hier ein Cap ist, wäre das vielleicht eine Option, obwohl diese Insel hier wirklich nicht gut ist. Wenn ihr in der Mitte gespawnt seid, müsst ihr überlegen, wohin ihr fahrt, ob ihr links oder rechts fahrt. Und was ihr machen könnt, ihr könnt Schiffe zählen, wie in dem Beispiel. Hier sind zwei Schlachtschiffe schon auf der linken Seite, das heißt, es macht durchaus Sinn, mit eurem Schlachtschiff nach rechts zu fahren und hier das einzelne Schlachtschiff zu unterstützen. Gerade wenn das jetzt, nehmen wir an, wir sind hier im Tier 10 Match, wir sind selbst ein Tier 10er und das ist das einzige Tier 8 Schlachtschiff, ist allein auf der Flanke gespawnt, dann könnt ihr hier rüberfahren und dort unterstützen. Das gleiche gilt auch für Kreuzer. Guckt, wo die wenigeren Schiffe stehen, wo vielleicht, wenn hier zum Beispiel ein Radarschiff steht, hier steht kein Radarkreuzer, dann könnt ihr, wenn ihr ein Radarkreuzer spielt mit euren Radarkreuzer hier auf das C-Cap fahren. Oder halt auch andersherum. Das müsst ihr dann halt abwägen und das ist eine Einzelfallentscheidung. Gerade Zerstörer sind wie so relativ frei, gerade im 3-Zerstörer-Gameplay müsst ihr halt immer gucken, wo ihr halt unterstützt und wo ihr halt nicht unterstützen könnt. Ihr könnt auch als Zerstörer, wie vorhin gesagt, ihr habt einen guten Tarnwild, ihr könnt auch immer versuchen, das mittlere Cap zum Beispiel anzufahren. Oder wenn kein Cap da ist, einfach die Mitte zu spotten und zu gucken, wohin bewegt sich der Gegner. Dann legt ihr eher auf die linke oder eher auf die rechte Seite. Eine Sache noch dazu. Wenn euer Team hier auf der rechten Flanke hier stark die 9er-10er-Linie bespielt, also hier das Schlachtschiff fährt hier auf die 10er-Linie, der Kreuzer fährt hier auf die 9er-10er-Linie und der Zerstörer macht Zerstörer-Dinge, dann fahrt mit eurem Schlachtschiff nicht hier auch auf die 9er-10er-Linie. Das macht keinen Sinn. Das gleiche gilt hier auch für den Kreuzer. Ihr braucht als Kreuzer auch nicht mehr da hinzufahren. Ihr könnt dann mit eurem Schlachtschiff hier zum Beispiel auf die 5er-6er-Linie fahren und auch mit dem Kreuzer auf die 5er-6er-Linie fahren und habt dann hier quasi die Möglichkeit, seitlich in den Gegner reinzuschießen. Eine andere Möglichkeit, ihr könnt von vornherein, wenn ihr in der Mitte gespawnt seid, überlegen, zum Beispiel der Zerstörer hier möchte das Cap haben und ihr seid ein Kreuzer, dann könnt ihr hier versuchen, den Zerstörer zu unterstützen. Ihr solltet hier nicht euer Schiff wegschmeißen oder irgendwas, das müsst ihr schon abwägen, je nachdem wie gut euer Tarnwert ist, aber ihr könnt hier zum Beispiel diese Insel als Drehpunkt nutzen und könnt dann hier gucken, dass ihr den Zerstörer unterstützen könnt. Generell, was viele Spieler machen, die, sag ich mal so, die Grundlagen verstanden haben, ist halt immer auf diese Flanken drauf zu rennen und dann stehen halt irgendwann hier alle Schiffe auf den Flanken, die Mitte ist halt komplett offen. Das funktioniert teilweise in den Random-Matches einfach wegen Randoms, aber es ist halt nicht Sinn der Sache. Ihr wollt auch immer die Mitte mitbespielen, weil ein Schlachtschiff zum Beispiel, ihr habt die Reichweite, aber auch eine Petro zum Beispiel, eine Starnikrad, eine Moskwa, ihr habt auch hier die Reichweite, ihr habt auch die Möglichkeit kreuzfrei aufzubauen. Ihr könnt halt immer gucken, wenn ihr in der Mitte erstmal stehen bleibt am Anfang, ein bisschen geduldig seid. Wie gesagt, ihr wollt nicht hier in die Mitte reinpushen und dann sterben, sondern ihr wollt gucken, dass ihr hier zum Beispiel nach oben schießen könnt. Ihr könnt dann hier auf der anderen Flanke unterstützen. Gerade der, also hier in Northland Water ist nochmal ein Sonderbeispiel, weil ihr hier durch diese Inseln, ihr hier nicht so gut auf das R-Cap wirken könnt, aber ihr könnt hier zum Beispiel die Anfahrt der Gegner, die auf das R-Cap fahren, könnt ihr beschießen. Und dazu müsst ihr halt am Anfang so ein bisschen weiter nach vorne fahren und habt dann da ganz gute Chancen, da gute Treffer zu landen. Gerade auf den diagonalen Karten, hier zum Beispiel Splitter, ist auch die mittlere Position auch immer noch nicht zu unterschätzen, dadurch, dass wir hier auch wieder auf weite Caps wirken können. Und gerade diagonale Karten haben halt auch das Problem oder die Eigenschaft, dass hier diese Flanken relativ weit weg sind. Also es dauert sehr lange hier außen rum zu fahren. Und das ist halt auch, obwohl ich gesagt habe, Flanken sind eure Priorität, schaut, dass ihr immer das Spiel oder die Runde als Einzelfall betrachtet, guckt, wie sich die Gegner aufstellen, wie die sich bewegen, wenn hier zum Beispiel das C-Cap vom Gegner gar nicht bespielt wird. Und der Gegner spielt hier und der Gegner kaltet hier einfach in den Spawn zurück. Dann braucht ihr hier diese Ecke, also die Ecken sind bei diagonalen Karten im Prinzip ja die Flanken. Dann braucht ihr hier keine Segeltour quasi einmal um die Insel machen. Das ist komplett unnötig, das dauert zu lange. Der Gegner gibt euch quasi eine Flanke oder einen Cap umsonst. Also wollt ihr die so schnell wie möglich, wollt ihr da den Raum füllen. Ihr könnt dann entweder, wenn ihr das C-Cap geholt habt, könnt ihr dann hier in die Mitte fahren oder ihr schaut, dass ihr dann quasi hier wieder eine neue Position aufbaut. So Strategien wie zum Beispiel A, B, B, C, also dass der Gegner eine Flanke komplett offen lässt, sind Strategien genauso wie ein Lemmingtran. Also dass der Gegner komplett auf hier einen Cap pushen würde, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das funktioniert teilweise in den Random Matches noch, einfach weil es Random Matches sind, aber es sollte nicht funktionieren. Und Strategien, die darauf aufbauen, dass der Gegner Fehler macht, sind keine guten Strategien. So, jetzt habe ich sehr viel darüber gesprochen, warum Flanken wichtig sind. Und ich habe es glaube ich auch schon so angeteasert, warum sind denn Flanken so wichtig? Und das ist ganz einfach, es geht um Kreuzfeuer. Ihr wollt immer Kreuzfeuer aufbauen und das ist im Prinzip auch das Thema für das restliche Video ist, wie baut ihr Kreuzfeuer auf? Schiffe gehen schneller raus, wenn ihr Kreuzfeuer auf die Schiffe drauf habt. Und auch ihr geht schneller raus, wenn ihr Kreuzfeuer bekommt. Das heißt, zum einen, ihr wollt Kreuzfeuer gegen den Gegner aufbauen. Und zugleich wollt ihr nicht in einen Kreuzfeuer reinfahren. Ich habe jetzt auch gleich ein Clip oder ein Beispiel, eine Beispielszene, die wir uns mal anschauen können, wie schnell ein Schiff mit Kreuzfeuer rausgeht. Und auch wie schlechte Positionierung bestraft wird. Ja, das ist der Beispiel Clip. Ich war hier in der Laurier unterwegs und ich werde jetzt hier gleich mega reinbotten, weil ich halt einfach dumm bin. Ja, wir haben hier die Situation, dass wir das C-Cap gewonnen haben. Ihr seht es da auf der Karte. Und der Gegner hat das A-Cap gewonnen. Wir nehmen jetzt hier noch ein paar Schiffe raus. Es ist absolut ausgeglichen, was die Schiffe angeht. Und ich fahre jetzt hier in die Mitte rein. Generalerweise ist es immer so ein Ding, wenn ihr in die Mitte reinfahrt, ist es halt immer sehr risiko. Gerade wenn ihr in die Mitte reinfahrt, ist es immer sehr wahrscheinlich, dass ihr in irgendein Kreuzfeuer reinfahrt. Und deswegen fahrt ihr halt auch am Anfang nicht in die Mitte rein. So. Wir sehen jetzt hier, ich mache mal hier Pause, auf der Karte unten die Laien, die schliefen. Die sind beide vom C-Cap weggekitet. Ist halt auch der Grund, warum ihr Flanken immer bespielen solltet und auch versuchen solltet, an diesen Flanken am Leben zu bleiben. Und diese Schiffe sind jetzt hier quasi über den Spawn zurückgekitet. Ich zeige euch das hier auf der Karte. Und die haben mich jetzt hier gleich im Kreuzfeuer. Ja, und das, gerade die Schliefen, habe ich komplett ignoriert. Die Laien ist jetzt nicht so schlimm, dadurch, dass sie halt oft HE schießt und auch gerade auf Reichweite nicht so viel Penn auf der AP-Granate hat. Aber er kann mich natürlich hier mit seiner HE ziemlich gut runterfarmen. So, wir machen jetzt weiter. Und ich komme jetzt hier irgendwie auf die Idee, links an dieser Insa vorbeizufahren. Hier kommen nochmal Torpedos. Das ist das nächste. Gerade Torpedo-Zerstörer können immer noch Kreuzfeuer aufbauen. Oder sie können dafür sorgen, dass ihr euer Schiff halt drehen müsst oder winkeln müsst, weil ihr halt nicht unbedingt Torpedos mitnehmen sollt. Und anscheinend habe ich jetzt hier so eine Panik vor diesem Zerstörer. Es ist, glaube ich, eine Harugumo gewesen oder eine G-Ring. Ich weiß es gar nicht mehr. Und fahre jetzt hier links an dieser Insel vorbei. So, und jetzt haben wir halt genau das Problem, dass hier die Schliefen aufgetaucht ist und mich hier gleich seitlich beschießen kann. Wir haben jetzt hier auf der A-Seite oder von der A-Flanke noch nicht unbedingt die Kreuzfeuer gefahren. Da steht kein Schlachtschiff, obwohl die Bungo hier irgendwo auch noch rumzuckert. Aber hier sind jetzt zwei Golden Löse. Und die waren manch auch in der Division. Und die sorgen jetzt einfach dafür, dass diese Position, die ich jetzt hier habe, nicht halten kann. Ich kann hier nicht stehen bleiben, weil die hatten beide das Legendary-Modul. Das heißt, ich bekomme jetzt hier sechs Luftschläge ab, die einfach dafür sorgen, dass ich hier einen Großteil von meinem Schiff verliere. Hier auch den Doppelbrand. Ich kann nicht mehr löschen, weil ich irgendwo, glaube ich habe durch den Torpedo, das Flooding hatte ich gelöscht gehabt. Und ja, ich panicke jetzt hier. Meine Chance wäre jetzt hier noch gewesen, rückwärts zu fahren. Ihr seht, Schliefen schießt. Und ich bin jetzt hier tatsächlich im Kreuzfeuer zwischen Schliefen-Lines und den beiden Golden Löse. Und zwar die Golden Löse fahren jetzt hier auf der Karte langsam nach vorne. Und werden mich jetzt hier, abgesehen davon, dass sie mich hier mit den ganzen Bomben gerade zuscheißen, werden sie mich halt auch gleich seitlich beschießen können. Mein Plan war jetzt hier vorne an die Insel dran zu fahren, direkt vor mir ist. Und dann da in Deckung zu gehen. Aber keine Chance. Ihr seht, ich habe nur eine 8000 AP. Ich habe jetzt zwar auch eine weitere Heilung bekommen. Heil nochmal gegen Schliefen schießt wieder. Das ist hier tatsächlich einfach GG für mich. Und ich gehe jetzt hier schlussendlich raus. Das kann ich nicht überleben. Und ja, sehr ärgerlich. Ich habe mich mega drüber geärgert, weil es tatsächlich bis dahin eine relativ stabile Runde war. Und hier habe ich mich jetzt einfach, ja, weggeschmissen. So, wir haben jetzt im Clip gesehen, wie wirkungsvoll Kreuzfeuer ist. Und das Schöne ist, Kreuzfeuer funktioniert sowohl auf der harten Ebene, sage ich mal, als auch in der kleinen Ebene. Weil ihr braucht eigentlich immer nur zwei Schiffe dafür, logischerweise. Und wir schauen uns das hier erstmal auf der Karten Ebene an, wie das im Prinzip funktioniert. Und ihr werdet euch jetzt auch gleich sehen, warum Flanken so wichtig sind. Wir haben jetzt hier den Fall auf der Karte North and Water wieder. Aber das könnt ihr auf allen anderen Karten auch machen. Und wir haben, dass das A-Cap von uns gewonnen wurde. Und unsere Schiffe pushen jetzt quasi hier die linke Seite nach oben. Und ihr seht das hier, ich habe das hier eingezeichnet, dass wir jetzt hier anfangen, so ein L oder ein U aufzubauen. Und wer zum Beispiel bei der Bundeswehr war, kennt vielleicht das L des Todes. Das macht man in der Infanterie genauso. Man versucht Kreuzfeuer zum Beispiel mit schweren Waffen aufzubauen. Das MG ist immer da so ein ganz herrlicher Kandidat für. Und das machen wir hier im Prinzip auf. Wir bauen hier quasi das L des Todes auf. Im World of Warships ist es meistens eher ein U. Also oder eine Badewanne. Quasi die Badewanne des Todes. Und das seht ihr hier schon angedeutet. Wir haben hier quasi eine Flanke aufgerollt. Und jetzt hier die Schiffe in der Mitte von uns. Und hier die Schiffe auf der linken Seite können jetzt hier auf die Schiffe draufschießen. Das heißt, die Schiffe vom... Oh, das wollte ich nicht. Die Schiffe hier vom Gegner können sich nicht mehr richtig winkeln. Katastrophal für den Gegner wird das, sobald wir beide Flanken gewonnen haben, beide Flanken überrannt werden quasi. Und die Schiffe dann... Jetzt haben wir hier wirklich eine Badewanne oder ein U, wo die auch nur noch sehr schwer rauskommt. Das heißt, die Schiffe hier werden im Prinzip einfach nur noch zusammengeschossen. Wir können uns das Ganze auch nochmal einen kleineren anschauen. Ich habe ja bei der Anfangspositionierung gesagt, dass ihr nicht komplett auf die Seiten fahren sollt, wenn da schon andere Schiffe stehen. Also ihr sollt keine Knuppelbildung machen. Ihr wollt euch immer so ein bisschen verteilen. Und hier haben wir jetzt hier diesmal auf den C-Cap. Auch hier der Gegner hat Schwierigkeiten, sich anzuwinkeln, weil das Schlacht steht jetzt hier nicht ganz perfekt. Wir können es hier ein bisschen zur Seite noch schieben. Er quasi von hier beschossen werden kann und auch von hier beschossen werden kann. Wir werden jetzt hier noch kein großes L oder U sehen. Aber wenn ich das Gefecht ein bisschen weiter laufen lassen würde, wie sich das zum Beispiel entwickeln kann, sieht es dann halt so aus. Wir haben jetzt hier die verbündeten Schiffe, die jetzt hier nach oben fahren, die 910er Linie. Und das Schlachtschiff, was vorher hier stand, fährt jetzt hier auch die Linie hoch. Vielleicht der Kreuzer. Nach der Kreuzer muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass er hier von der Seite kein Kreuzfeuer bekommt. Und jetzt hat dieses Schiff oder die Schiffe, können ja auch mehrere sein, Schwierigkeiten, sich anzuwinkeln. Und wenn ich jetzt hier auch wieder quasi was einzeichne, die Frontlinie einzeichne, dann seht ihr auch hier wieder, es bildet sich so langsam ein U oder ein L, wie man es nennen mögt, oder Badewanne. Das Beispiel zeigt jetzt hier auch so ein bisschen, warum Puschen wichtig ist. Also irgendwo, irgendwo AFK im Spawn rumzukiten, ist nicht effektiv, weil ihr, zum einen lasst ihr natürlich den Gegner das Spiel machen, das Spiel bestimmen, die Position bestimmen und es ist halt auch einfach ineffektiv, weil im Prinzip, wir können uns das ja auch nochmal kurz hier zusammenbauen, wenn alle Schiffe hier unten, vielleicht der Zerstörer im Cap, alle Schiffe stehen hier im Kite und ihr schießt auf Long Range auf ein oder mehrere Gegnerschiffe und da kommt nicht viel rum. Ihr habt halt einfach kein Kreuz, weil der Kreuzer steht jetzt noch ein bisschen weit vorne. Das passiert tatsächlich auch sehr oft, dass hier der Kreuzer vielleicht ein bisschen aggressiver steht. Er steht vor den Schlachtschiffen, der Zerstörer ist nicht permaoffen. Und die Schiffe vom Gegner schießen hier auf den einen Kreuzer, fokussen den halt raus. Und der Kreuzer kann das halt nicht tanken und das, weil ich zum Beispiel Schlachtschiffe zu weit hinten stehen. Wichtig ist zu verstehen, dass ihr meistens eine Buschflanke habt und eine Defensivflanke habt. Das Ganze ist nicht starr, es ist nicht ein Stein gemeißelt, es kann sich auch jederzeit wieder ändern. Und ich habe jetzt hier mal eine Karte ausgegraben aus irgendeiner CW-Season, wo das Ganze vielleicht ein bisschen klarer wird. Weil gerade im CW versucht ihr sehr oft eine Flanke zu pushen. Es sieht hier sehr verwöhnt aus, aber wichtig ist jetzt hier eigentlich nur, dass wir einmal hier jetzt von den Grünen einen Push haben. Also wir haben hier eine Pushflanke, während auf der anderen Seite, auf der C-Seite, nur verteidigt wird. Also eine Defensivflanke haben. Das Ganze gilt auch für die Random-Gefechte. Wenn wir das Ganze jetzt auf die Random-Gefechte anwenden, haben wir im Prinzip das gleiche System. Zum Beispiel hier auf A, wir machen hier Druck, weil wir hier vielleicht mehr Schiffe haben als der Gegner. Und fahren jetzt hier rein. Und auf der anderen Seite haben wir logischerweise dann weniger Gegner. Wenn wir hier mehr haben, es sind immer 12 gegen 12, dann müssen wir hier erstmal verteidigen, beziehungsweise passiver bleiben. Das Ganze ist nicht starr, es kann sich jederzeit ändern. Nehmen wir an, ihr fahrt hier mit den Schlachtschiffen hoch. Von hier kommen Torpedos, nehmen zum Beispiel das Nahkampfschlachtschiff raus, den Kremlin oder irgendwas. Und plötzlich wandelt sich halt diese Flanke wieder in eine Def-Flanke. Es kann auch sein, dass sobald ihr hier dieses Cap habt, dass ihr hier ja eigentlich nicht mehr Pushen braucht. Weil zum Beispiel, wenn der Gegner zum Beispiel hier wegkitet, kann es sinnvoll sein, hier nicht den Gegner hinterher zu fahren, sondern zu schauen, dass hier gerade, wenn hier noch langsamere Schiffe stehen, wie eine Vermont ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass die Vermont hier in die Mitte rotiert und ihr quasi hier an dieser Insel quasi stehen bleibt. Und das ist tatsächlich eine Sache, die sehr oft passiert ist, dass halt zwar anfangs erfolgreich gepusht wird, oder anfangs erfolgreich das Cap erobert wird, aber dann zu weit gepusht wird. Auch das können wir uns einmal kurz hier anschauen. Weil ich habe jetzt hier zwar eingezeichnet, dass die Gegner hier quasi in die Mitte wegfahren. Und wir fahren quasi jetzt den Gegner hinterher und bauen halt, wie gesagt, dieses U auf. Aber ich habe jetzt hier nochmal einen weiteren Gegner oder eine Gegnergruppe eingezeichnet, nämlich hier oben. Der ist hier zum Beispiel von der Einserlinie nach oben weggekitet, ist also hier nicht zurück in den Spawn gefahren. Und plötzlich haben wir hier die Schiffe, die von uns hier stehen, sind jetzt hier von denen in ein Kreuzfeuer. Und das wollt ihr in der Regel nicht haben, weil ihr jetzt hier plötzlich relativ schnell rausgeht. Es kann natürlich auch sein, das passiert tatsächlich häufiger, dass hier plötzlich dann in der Mitte eine Trillionen Gegner steht und hier zwei Schiffe fahren hier zu aggressiv nach vorne und werden dann halt einfach frontal rausgefokust. Das muss nicht unbedingt jetzt Kreuzfeuer sein. Und hier kommt jetzt tatsächlich auch wieder die Gefahr von Zerstörern ins Spiel. Und gerade wenn hier oben noch ein Zerstörer steht, der im Leben ist, der halt auch sehr schwer aufzudecken ist, müssen die Schlachtschiffe, die von hier oben hochfahren, ja immer mit der Gefahr rechnen, dass hier Torpedos kommen. Und das heißt, sie müssen halt immer schauen, dass sie ihre Nase hier oder das Heck hier in diese Richtung halten. Und dann haben wir halt auch hier wieder ein Kreuzfeuer in der Mitte, weil dann die Schiffe hier Breitseiten bestrafen können oder die Schiffe hier neben halt Torpedos. Und deswegen ein kurzer Anriss auch vielleicht zu dem Zerstörer-Gameplay, wo ich eigentlich hier nicht so weit drauf eingehen möchte, dass wenn ihr im Zerstörer sitzt und wisst, dass hier noch ein Zerstörer am Leben ist, dass ihr dann auch guckt, dass ihr hier zwischen Schlachtschiff und möglicherweise den Zerstörer bleibt. Und einfach um die Schiffe hier vorzuwarnen, falls sie Torpedos können. Weil wenn hier noch ein Zerstörer unterwegs ist, dann können die Schiffe oder das Schiff, ist ja im Prinzip egal, weiter nach vorne fahren. Wir schauen uns jetzt gleich hier nochmal ein Beispielclip an und dann wird, denke ich, auch klar, was ich hier meine. So, wir kommen jetzt hier zum zweiten Clip. Ich war hier in der Alaska unterwegs. Geräle Kreuzer wie die Alaska, aber auch eine Petro, Moskva, Stalingrad sind in der Lage, auch Kreuzfeuer aufzubauen, dadurch, dass sie einen hohen AP-Pen haben aufgrund des hohen Kalibers. Und wir sehen hier auch hier vom Gegner, dass er sich hier sehr stark knuppelt. Der Gegner bespielt hier die 8er bis 10er Linie überhaupt nicht. Und das nutzen wir jetzt aus. Wir wollen jetzt hier aktiv Kreuzfeuer aufbauen. Ich versuche jetzt hier noch mein Glück mit ein paar Schüssen auf hier die Internäupolist, die hier Breitseite zeigt. Und genau das ist es halt. Wir haben hier Kreuzfeuer. Ich bin hier nur zu blöd zum Aimen. Und können jetzt hier gleich nach vorne fahren. Ja, hier spekuliere ich nochmal kurz auf die Breitseite von der Iowa. Und gucke, dass ich hier ein bisschen Schaden drauf machen kann. Er rammt jetzt hier die Internäupolist weg. Ja, und kommt leider nichts dran rum. Ich treffe da die Türme, weil er da halt durch die Internäupolist gebremst ist. Ja, wir fallen jetzt nach vorne. Ihr seht jetzt auch auf der Karte, dass der Gegner hier überhaupt nichts stehen hat. Die Yudachi ist noch unbekannt, wo er steht. Das heißt, ich werde jetzt hier auch gleich Hydro anmachen, dass ich die Torpedos nicht mitnehme. Und hier haben wir jetzt auch genau das Paradebeispiel davon, warum Zerstörer oder warum Flanken halt bespielt werden sollten. Hier wäre die Yudachi hier nach oben gefahren. Die Yudachi könnte hier einfach noch die Frontlinie sozusagen vom Gegner ein bisschen verlängern. Auch die Atatara hätte hier viel weiter auf die Flanke fahren müssen und hätte einfach dafür sorgen können, dass ich jetzt hier nicht wirklich frei spielen kann. Zumal ich jetzt hier auch lange unsichtbar war und dann jetzt hier gucken kann, dass ich jetzt hier Breitseite bestrafen kann. Hier sehen wir, dass Atatara ist relativ Breitseite. Er ist jetzt hier aber am Wegkiten. Und ja, und er gibt mir jetzt hier einfach Raum. Ich kann jetzt hier erstmal stehen bleiben. Das Hydro einfach zur Sicherheit für die Torpedos. Und hätte jetzt die Yudachi, wäre die jetzt von hier unten vom Zehn nach hier oben gefahren, hätte sie jetzt hier einen Winkel auf mich mit den Torpedos. Und ich hätte jetzt hier so nicht mehr stehen können. Ich stehe jetzt hier komplett angewinkelt gegen den Gegner. Zum einen hier durch die Insel geschützt, dass mich hier die Iowa nicht so leicht beschießen kann. Iowa kann totalisch drüber schießen, aber ich kann hier jederzeit zurückfahren. Ja, und ihr seht, wie jetzt hier die Breitseiten für mich aufgehen und ich jetzt hier relativ viel Schaden machen kann. Und das nur, weil hier der Gegner einmal die komplette Flanke aufgegeben hat. Ich möchte mit euch nochmal ein theoretisches Beispiel durchgehen, was ich jetzt hier gerade gebastelt habe. Auf der Karte Falle ist jetzt eine diagonale Karte. Wie gesagt, spielt sich ein bisschen anders als die waagrechten Karten. Und das Prinzip ist immer noch das gleiche. Diesmal ist jedes eingezeichnete Schiff auch ein Schiff. Und wir haben jetzt hier den Fall, dass wir das A-Cap gewonnen haben. Das C-Cap ist jetzt relativ egal. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass es da statisch ist. Das heißt, unser Team verteidigt und das Gegner-Team versucht da vielleicht noch reinzupushen oder ist zu passiv. Was auch immer. Wie gesagt, das C-Cap ist relativ egal für dieses Beispiel. Wir haben jetzt hier den Fall, dass sich zum Beispiel die Zerstörer rausgetradet haben. Ich habe es dort nicht eingezeichnet. Wir sind aber auch relativ egal. Und der Gegner zieht sich jetzt hier zurück. Weil er zum Beispiel schlechter getradet hat. Oder weil er generell zu passiv ist. Und wir haben jetzt hier noch einen Kreuzer in A stehen vom Gegner, der hier diese Insel als Decker genutzt hat. Und wir sehen jetzt hier, dass der Kreuzer im Prinzip ja, also der Kreuzer ist tot. Und wir haben hier unser Schlachtschiff. Was jetzt hier reinfährt, was auch ein Bogen gefahren ist, das ist halt auch immer wichtig. Also wenn der Schlachtschiff hier stehen würde, wo jetzt zum Beispiel das zweite Schlachtschiff steht. Das kann jetzt zum Beispiel gar nicht auf den Kreuzer schießen. Und ihr müsst teilweise halt diesen Bogen fahren, um hier auf das Schiff zu kommen. So, der Kreuzer, wie gesagt, ist tot. Entweder wird hier zum Beispiel durch unser Schlachtschiff rausgenommen oder er dreht hier raus und geht dann halt schlussendlich zurück in den Hand. Das heißt, er ist weg. Und ja, wie geht's weiter? Wir haben jetzt einmal ein Kreuzfeuer oder ein Kreuzfeuer, was wir aufbauen können, einmal hier durch die beiden Schlachtschiffe. Und jetzt ist es halt wichtig zu verstehen, dass dieser Spieler, und das könnte zum Beispiel auch ihr sein, ihr seid zum Beispiel das Schlachtschiff, was hier aus der Mitte gekommen ist. Das heißt, er hat einen längeren Weg gehabt, deswegen seid ihr noch nicht so weit auf die Flanke gekommen. Es kann ein langsames Schlachtschiff sein, wie ein Vermoer. Ihr müsst jetzt überlegen, was ist die sinnvolle Positionierung. Macht es Sinn, dass ihr auch hinterher fahrt und dann den quasi Endeffekt hinterher fahrt? Oder positioniert ihr euch um und fahrt hier ein bisschen weiter in die Mitte rein? Und er kann jetzt hier, fährt jetzt hier auch ein bisschen weiter vor. Und jetzt haben wir, ihr seht es schon, wir haben jetzt hier wieder ein Kreuzfeuer zwischen dem Schlachtschiff und dem Schlachtschiff. Und eine weitere Kreuzfeuergefahr, die wir haben, ist hier der Kreuzer. Weil das, wir nehmen jetzt mal an, das hier ist eine Petro oder eine Stalingrad oder eine Alaska, ist egal. Hauptsache, es kann auch ein Schlachtschiff sein, es könnte hier auch ein Schlachtschiff in der Mitte stehen. Ist für das Beispiel jetzt auch nicht wichtig. Also auch der Kreuzer kann hier nicht einfach geradeaus fahren, weil er dann hier in die Seite reingeschossen wird. Gerade wenn hier die Schlachtschiffe oder der Kreuzer noch nicht so weit weggedrückt worden sind. Das heißt, der Kreuzer muss gucken, wo er sich anwinkelt. Entweder gegen den oder gegen den. Und das wollen wir nicht haben. Das heißt, auch hier wieder, wenn ihr in den Kreuzer sitzt, müsst ihr euch überlegen, was macht ihr? Ihr müsst erkennen, hier war ein regnerisches Schiff, was man in die Seite schießen kann. Also müsst ihr überlegen, entweder ihr fahrt unentdeckt. Das kann manche Kreuzer machen. Ihr geht nicht auf, also ihr schießt nicht und fahrt dann hier nach vorne. Die Frage, ob das halt das Sinnvolle ist. Wenn die Schiffe halt hier weghalten. Weil, was macht ihr halt dann? Also irgendwann steht ihr halt hier vorne an der Insel oder ihr steht hier zwischen den Inseln. Kann sein, dass das Sinn macht. Ist dann natürlich eine Einzelfallentscheidung. Oder, was ihr halt auch machen könnt, ihr wartet, also ihr habt Geduld. Das ist generell eine ganz wichtige Tugend in diesem Spiel. Wartet, bis die beiden weg sind. Dass die nicht mehr auf euch schießen können, wenn ihr hier rausfahrt. Oder auch hier wieder unentdeckt, ihr stellt euch dann quasi an diese Insel. Ich kann das ja auch einmal sehen, dass das klar wird, was ich meine. So, dann haben wir jetzt hier nämlich wieder angewinkelt. Und auch wenn das jetzt hier wieder weitergeht, die beiden halt weiter weg. So, und auch dieses Schlachtschiff jetzt hier. Ich möchte es auch einmal kurz drehen. Und auch dieses Schlachtschiff hat halt irgendwann den Kreuzer in der Breitseite. Er kann jetzt hier immer rückwärts fahren, rückwärts fahren und rückwärts fahren. Aber ihr fahrt halt schneller vorwärts und könnt dann hier auf den Kreuzer schießen. Er muss sich dann natürlich auch irgendwann umpositionen. Er kann zum Beispiel dann hier in das Cap reinfahren. Oder er fährt halt auch hier mit nach außen. Das ist dann halt wie gesagt eine Einzelentscheidung. Hier haben wir natürlich jetzt auch wieder die Gefahr, dass ihr hier zu tief oder das Schlachtschiff hier zu tief pusht. Gerade wenn er hier nicht mitmacht. Er zum Beispiel jetzt hier rüberfährt oder sonst was macht. Also er müsste dann auch irgendwann hier reinfahren, damit das funktioniert. Gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Schiffe noch ausgeglichen sind. Und vor allem diese Schiffe hier nicht rausgegangen sind. Weil wenn er hier plötzlich von drei Schiffen beschossen werden kann, dann wird das halt auch für ein Schlachtschiff egal, was es für ein Schlachtschiff ist. Selbst wenn das ein Kremlin ist, wird das sehr ungemütlich. So, was kann der Gegner machen? Wir können ja auch mal gucken, wie jetzt hier die Bewegung vom Gegner aussehen sollte. Der Gegner ist jetzt hier zwar auf A geschlagen. Er hat weniger HP zum Beispiel. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Aber er ist halt neu im Spiel. Und das ist halt wie gesagt wichtig. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, die Flanken selbst gegen einen Laming-Train. Also wenn der Gegner jetzt mit allen Schiffen hier rüber gefahren wird, dass ihr, wenn ihr hier in der Situation seid, versucht im Spiel zu bleiben. Das heißt, versucht euch Kiten zurückzuziehen und guckt, dass ihr hier irgendwie Schaden drauf macht. Eine Möglichkeit, die ihr hier habt, ist hier auch wieder kreuzfrei aufzubauen. Entweder zum Beispiel das Schlachtschiff. Das Schlachtschiff ist langsamer als die, obwohl das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber in der Regel sollten Schlachtschiffe langsamer als Kreuzer sein. Und haben auch in der Regel einen schlechteren, oder sollten einen schlechteren Talwert haben. Teilweise gibt es da Ausnahmen. Dass ihr guckt, dass ihr hier einen kürzeren Weg fahrt. Dass ihr Strecke macht. Also den Abstand vergrößert. Dadurch, dass er, also vor allem das Schlachtschiff und auch hier das Schlachtschiff, weniger Schaden auf euch macht. Ihr könnt euch abwechselnd winkeln. Ihr müsst dann aber darauf achten, wer wann geschossen hat. Also wenn er schießt, müsst ihr halt gegen ihn winkeln. Und wenn er schießt, müsst ihr halt gegen ihn winkeln. Das heißt, ihr müsst immer so ein bisschen wickeln. Der Punkt ist jetzt aber hier dieser Kreuzer. Wenn der Kreuzer die gleiche Route fährt, wie auch das rote Schlachtschiff hier, dann ist es schlecht. Weil ihr steht wieder auf einen Haufen. Und weder er noch er brauchen die Türme drin. Weil sie gucken halt einfach, also die Türme sind dann quasi auf die ausgerichtet. Was dieser Kreuzer halt machen kann, oder auch das Schlachtschiff ist im Prinzip egal. Ihr fahrt hier nach oben. Und dann habt ihr nämlich wieder hier ein kleines Kreuzfeuer. Und das Schlachtschiff muss sich überlegen, auf wem er die Türme richtet. Und gerade dieses Schlachtschiff hat wahrscheinlich gar nicht die Reichweite, um hier oben auf den Kreuzer zu schießen. Das heißt, ihr guckt, dass ihr hier ihm reduziert. Also den Schaden von ihm sogar negiert. Und guckt, dass ihr dann dieses Schiff ins Kreuzfeuer reingeht. Weil solange ihr als Kreuzer hier oben noch steht, kann er ja auch nicht breitseitig hier reinfahren. Zum Schluss habe ich nochmal drei Clips für euch, die wir uns gemeinsam anschauen können. Wo es im Prinzip genau nochmal darum geht, was ich euch jetzt anhand der Karte und so weiter gezeigt habe. Nur ein bisschen praxisbezogener. So, das ist der nächste Clip. Der geht ein bisschen länger. Beziehungsweise wir können hier auch am Anfang mal kurz reinschauen. Weil hier gibt es auch ein ganz schönes Beispiel, wo ich ein bisschen was zu sagen kann. Wir sind hier auf der linken Flanke. Und wir sehen schon anhand der Schiffsverteilung auf der Karte, dass der Gegner hier nur eine Lyon, eine Maja und eine Eintracht stehen hat. Die Colorado und Nagato, beide stehen noch in der Mitte. Können hier auf die Flanke nicht unterstützen. Und zugleich sind wir ja auch top tier. Also auch hier, mein Plan war, relativ weit mit der Alsace nach außen zu kommen. Und dann Kreuzfeier aufzubauen. Das Problem ist hier, die Straßburg ist relativ weit nach vorne gefahren. Und ihr seht auch hier die Östergötland in der Seite. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir jetzt hier winkeln. Gerell, Östergötland ist nicht so gefährlich mit den Torpedos. Das heißt, die können wir auch gerne mal ignorieren. Und er wird da jetzt eh rausgehen, weil er da jetzt gleich in die Zange genommen wird. So, das Problem ist jetzt hier, dass die Straßburg komische Dinge macht, dass er da sehr eng an mir dran fährt. Und ich hier auch erkenne, dass der Gegner hier einfach zu wenig Schiff hat. Die Nagato und die Colorado nehmen momentan nicht am Spiel teil. Das heißt, wir können die reinpushen. Das ist das, was ich glaube ich bei der Karte Splitter schon gesagt habe. Wenn ihr erkennt, ihr habt hier eine Chance, einen Push zu machen, dann macht ihr einen Push auf. Das heißt, ich gebe es hier komplett auf, mich mit der Straßburg zu arrangieren, sondern ich gebe jetzt hier einfach Gas und wir machen jetzt hier Strecke. Wir wollen jetzt hier auf jeden Fall Raum gewinnen. Gerade auch eine Lyon gegen T9-Schlachtschiff wird uns nicht rausnehmen. Im Maia geht es hier auf Breitseide auf und wir gucken, dass wir jetzt hier den Kreuzer zumindest großen Schaden drauf machen und ihn da relativ schnell rausnehmen. Der Brandschaden hier von der Eintracht ist nicht so entscheidend. Wir kriegen hier auch die Triple Zid und wir nehmen die Maia raus. Schlussendlich wird jetzt hier auch die Lyon rausgehen. Die Eintracht, die sitzt auf der Karte unten, ist jetzt hier schon am Wegkiten. Und es ist jetzt hier die Flanke definitiv gewonnen. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen weiter. Ist nicht viel weiter passiert. Wir sind jetzt hier am Reindrücken. Eintracht ist immer noch auf der Flucht. Warum ich jetzt hier kurz nochmal stoppen möchte, ist, weil wir sehen jetzt hier gleich eine schöne Situation gegen die Belfast. Ihr seht, die Belfast fährt hier in das B-Cap rein. Möchte das Cap capen, ist aber hier durch den CV gespottet. Die erste Seilwehr verfehle ich jetzt, weil ich nicht sehe, dass er rückwärts fährt. Aber wir haben den Heckturm noch und wir nehmen jetzt den gleich hier raus. Er fährt nämlich rückwärts. Kann sein, dass er es jetzt wieder beschleunigt. Schade, dass da die erste Seilwehr daneben gegangen ist. Er hat jetzt auch nur 6000 HP. Das heißt, ein Turm sollte reichen und er ist draußen. Und auch das ist halt ermöglicht worden, weil wir hier Kreuzfeier haben. So, das Ganze geht weiter. Wir sind jetzt hier nicht den weiten Bogen gefahren, sondern ich habe mich jetzt dazu entschlossen, hier in die Mitte reinzufahren. Und ihr seht auch hier wieder schön, die Nagato fährt weit hier rum. Der Gegner hat hier auch zum einen die 1er bis 3er Linie mit den Schlagschiffen gar nicht bespielt. Dazu kommt, dass die Musashi hier relativ passiv war. Und das Problem ist, ich bin jetzt hier auch relativ ungünstig positioniert. Ich wollte hier unbedingt alle Türme auf die Poloedo und die Nagato bringen. Und die Musashi kann hier tatsächlich rüberschießen. Aber auch hier wieder, Musashi fährt Breitseite rückwärts raus. Wir fahren jetzt hier auch rückwärts, um möglichst die Insel vor uns hier zwischen der Musashi und uns zu priegen. Aber allerdings, er kann da halt immer noch drüber schießen. Und ja, es ist halt eine Musashi, sie macht sehr viel Schaden. Ist sehr ärgerlich. Ihr seht hier zum einen, dass die allgemeine Positionierung von mir ziemlich gut ist. Und dadurch, dass ich hier Nagato und Colorado ganz gut bestrafen kann, auch die Neptun können wir ganz gut bestrafen. Aber ich habe hier das Problem, dass die Musashi mir halt hier in die Seite schieben können. Das heißt, wir haben einmal im Großen ein relativ schönes Kreuzfeuer. Aber im Kleinen haben wir natürlich hier ein Problem. Das Kreuzfeuer bauen hier auch nicht unbedingt Schlagschiffe auf, weil ich bin das letzte Schlagschiff hier im Spiel. Aber ihr seht hier oben auf der Karte im A-Cap die Riga. Die tatsächlich auch eine relativ gute AP-Granate hat. Und jetzt hier die Schlagschiffe halt, hier die Schlagschiffe halt auch ins Kreuz vornehmen kann. Interessant ist hier tatsächlich, dass Nagato und auch die Colorado lieber gegen die Riga anwinkeln als gegen das Schlagschiff. Das ist natürlich, naja, nicht unbedingt die beste Idee. So, der nächste Beispielclip, diesmal in der St. Vincent. Es ist nur relativ am Anfang der Runde. Ihr seht hier, die Zerstörer traden sich gerade. Und ich möchte mich hier anfangs zumindest in der Mitte aufhalten. Die Schliefen ist auf der Flanke gespawnt. Das heißt, er spielt hier auch die Flanke. Er bespielt jetzt nicht komplett die 910-Linie. Das ist auch vollkommen okay. Aber es macht jetzt hier für mich keinen Sinn, hier mit auf die Seite der Schliefen zu fahren. Wir sehen jetzt hier auch, oder wir haben vorhin vom Gegner den großen Kupfers gesehen. Und die Marseille, auch die Cleveland ist hier auf der Flanke, geht aber wieder Richtung Mitte. Und ihr seht es hier sehr schön auf der Karte, dass wenn die GK und auch die Marseille weiter nach vorne fahren, wir relativ gut den in die Seite reinschießen können. Und wir verhindern hier mit unserer Positionierung quasi, dass der Gegner die 910-Linie nach oben fahren kann. Weil er muss dann entweder gegen die Schliefen oder gegen uns anwickeln. So, hier sehen wir das noch ein bisschen besser. Die Marseille und auch der GK fahren jetzt hier tatsächlich beide nach oben. Und wir haben sie jetzt hier sehr schön in der Breitseite. Und können jetzt hier hoffentlich ganz gut die Schiffe aus dem Spiel nehmen. Weil entweder gegen die Schliefen anwinkeln oder gegen mich. Gegen beides funktioniert halt nicht. Hat sich das jetzt gereimt? Ich glaube ja. Ja, leider hier, die Salbe war nicht besonders gut. Aber das ist dann natürlich jetzt hier nicht die Schuld der Positionierung, sondern zum einen das Aim und auch das Angi kackt dann teilweise ein bisschen rein. Gerade gegen Marseille. Die nimmt nicht immer gerne, ähm, nicht immer gerne Ziedadeln. Auch hier wieder Marseille winkelt gegen die Schliefen an. Ist auch in der Secondary. Und wir können da jetzt die nächste Salbe draufschießen. Eigentlich sollte, habe ich gehofft, dass er jetzt hier rausgeht. Aber auch hier wieder, wir machen 11.000 Schaden. Aber ihr seht, ihr macht sehr viel Schaden. Und das ist definitiv mehr als jetzt hier, wenn ihr da auch auf die Flanke gefahren wärt. So, nochmal ein Beispielclip. Auch diesmal der letzte. Weil ich habe ja im gesamten Video nicht wirklich über leichte Kreuzer und so weiter gesprochen. Aber auch hier gilt im Prinzip das Gleiche. Obwohl wir nicht wirklich gut Kreuzfeuer aufbauen können, können wir trotzdem die Flanken bespielen. Und auch die Flanken sehr gut eigentlich dominieren. Das ist jetzt hier ein Beispielclip von einem Replay. Das hat er mir Fischbrecht zur Verfügung gestellt. In der Plymouth ist jetzt ein Nebelkreuzer und ein Raderkreuzer. Auch hier sieht man sehr schön, dass er mit der Halland zusammen, mit der er in der Divi ist, aber die kann jetzt auch ein Randomspieler sein. Es ist halt wichtig, dass der Zerstörer bei den Kreuzern oder Schlachtschiffen bleibt. Ihr seht hier, wie tief er in die Flanke reinfährt. Und schlussendlich zusammen mit der Halland hier die Östergötland jetzt rauskriegt und später, glaube ich, sogar noch die Schirmen, die auf uns drauf fährt. Wir haben jetzt hier auch wieder eine Insel, womit wir einfach das Kreuzfeuer aus C minimieren können. Das ist halt auch mal so Sachen, nutzt Inseln, um zum Beispiel Winkel von Kreuzfeuer zu negieren. Und es ist hier sehr schön, wie hier die Flanke bespielt wird und dass hier die Flanke schlussendlich genau dadurch jetzt hier gewonnen wird. Wir sehen jetzt hier aber auch tatsächlich ein Problem. Das hatte ich in den Replay auch gesagt. Das ist hier zum einen die Missouri, die hier sehr passiv bleibt auf der C-Linie und nicht wirklich mit nach vorne fährt. Er hätte hier definitiv die 8er, 9er Linie halt spielen sollen. Auch die Zumu, die ihr in der Mitte auf der 5er Linie seht, ist halt in der Position, wo er hier nicht wirklich helfen kann. Und ihr seht jetzt hier vielleicht auch mal ganz gut, dass die C-Flanker, obwohl man hier im Schiffsnachteil ist, aber aufgrund der Schiffe, die wir haben, sie trotzdem relativ stark gepusht werden kann. Weil auch hier die Schiffe relativ passiv sind, relativ viel am Kiten sind und dadurch nicht wirklich Druck aufbauen. Das kann sich natürlich jederzeit drehen, wenn jetzt hier Yamato, Satsuma und so weiter Colbert mit der Sherm zusammen sich dazu entschließen, hier hart reinzudrücken. Und dann haben wir halt hier natürlich wieder eine Death-Flanke. Aber noch funktioniert das. Ihr seht auch hier, die Sherm fährt wieder viel zu nah ran und geht hier schlussendlich raus. Und gerade wenn die Zerstörer der Flanke weg sind, dann ist das immer sehr schwierig, auf diesen Flanken noch zu pushen. Gerade wenn dann noch Zerstörer mit Torpedos da sind, die dann noch Winkel mit den Torpedos aufbauen können. Das wird dann meistens ziemlich eklig. Ich denke, wir kommen auch langsam zum Schluss. Das Video geht lang genug. Die Prinzipien sollten klar geworden sein, wie ihr Kreuzfeuer aufbaut und wie ihr vermeidet, in Kreuzfeuer reinzufahren. Das ist wie gesagt immer eine Frage der Map-Erwählnis. Zum anderen, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, auch geht es darum, Kreuzfeuer vom Gegner zu versuchen zu notieren, indem ihr auf die richtigen Ziele schießt. Das heißt, dass ihr zum Beispiel den Fokus auf Schiffe legt, die euch in der Breitzeit oder die euch ins Kreuzfall nehmen können, legt. Aber das würde viel zu weit führen. Ich habe jetzt auch die Zerstörer rausgelassen. Da werde ich irgendwann nochmal ein anderes Video drüber machen, wo es dann vor allem darum geht, wie man am besten Caps anfährt. Und wichtig ist eigentlich für dieses Video nur, dass Caps nicht so wichtig sind, wie manche denken, sondern dass die wichtig für dieses Video ist nur, und das gilt dann auch für Zerstörer, dass die Flanke wichtiger ist, als das Cap zu holen, weil das, wenn die Flanke gewonnen ist, das Cap euch sowieso gehört. Das sollte euch halt bewusst sein. Gut, dann sind wir aber jetzt wirklich durch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch Sachen vermisst habt, oder wo ich vielleicht auch Blödsinn erzählt habe. Dann stelle ich das gerne richtig. Bis dahin. Bis denn. Ciao.